Deine Uhr hat Eier, naja, das ist ja... Ja, das hatten wir letztes Mal schon. Ja, gut. Ach, Quincy darf mal Ansage machen gleich. Jawoll. Das passt gleich mit der Irrenanstalt. Also jetzt. Prost. Hallo, herzlich willkommen zu Die Side mit Nyuka, Iraxo LP, Tobi, Ruko, Psycho Dad, Hallo. Und Quincy, ich selbst. Hallo. Voll männliche Stimme, hallo. Quincy denkt, es erscheint irgendwelche Frauen ein. Dann fragt die, oh, wer hat denn diese männliche Stimme, kann man den kennenlernen? Moment mal, der Witz ist schon uralt, den sagt Ruko immer bei meinen Videos. Deine Hand sagen oder bei deinem Hand. So, mal gucken. Grün hab ich rot. Mal gucken, ich schau. Ich hab mal die Helligkeit ein bisschen hochgestellt, damit ich noch mal was sehe. Oh, ich bin beides nicht sehr gut. Ach, ne, ich bin schon wieder unschuldig. Furchtbar. Was bin ich dann? Unschuldig? Ich auch. Ich bin unschuldig. Ich bin nicht schuld von meinen. Ah, alles unschuldig. Schon sehr vernächtig. Ich bin Jungfrau. Warum glaubt mir das nur keiner? Die ganzen Fernbedienungen erstmal wieder einsammeln. Also, wenn mir das keiner glaubt, dann ist auf jeden Fall Togo unschuldig. Das glaub ich auch nicht. Also Jungfrau, so. Glaub ich auch nicht. Warum hab ich immer noch mein Messer? Das hat er in der 6. Dann machen das nicht aus. Hä? Hä? Arschloch. Wieso, ich stand als erstes noch, dann kriege ich es ja logisch. Was steht denn hier oben? A fine choice. So. Warum geh ich immer so kompliziert die Treppe runter? Oh, hier hat einer von mir... ...DAFT, DAFT getrunken. Was, was? Beim Nehmen der Falle helfen, was? Wo soll ich denn helfen hier? Ja, wenn ich mich mit reinstellst, dann geht's schneller. Die ist nicht mehr zu helfen. Der wäre Röbelcenter, so. Ich nicht. Der Snooker. Achso. Das kann sein. Was? Das sind die Monster in den Rollstühlen, die allerdings auch die Infizierten auslösen können. Achso. Ja, das hab ich noch nie gemacht. Ich hab mich schon gewundert im Wald. Mit links- oder rechts-klick. Rechts-klick war das, aber hab ich noch nie gemacht. Was denn? Menschen? Der hier zum Beispiel. Wo sind Menschen? Iiii. Iiii. Nicht anfassen. Puh. Er weiß, wo die Feuer war. Wir haben bestimmt irgendwas. Ja. Na toll. Echte Menschen. Besicherung. Diffel muss uns auch trocken. Ich hab auch eine. Was du denn findest? Ich hab auch eine. Na toll, die Ehrlichkeit hochstellen ist da echt sinnvoll. Puh. Bestimmt total kacke aus. Ist schon mal zu hochdreht, oder? Nein, ich komm da nicht durch. Nein, ich mach doch nix. Ja, das haben sie alle mal gesagt. Ich komm da nicht durch. Oh. Oh. Heiße. Oh. Warte ruhig. Oh. Oh. Ha. Kommt man hier irgendwie rein? Ja, schau mal rein. Ja, schau mal rein. Ja, schau mal rein. Träumchen. Nur kacke. Ähm. Da oben. Soll auch da eigentlich rein. Ach, verdammt rum. Die kann man doch gar nicht. Hallo? Tack. Hier kommen wir nicht durch. Sicher und drinnen. Oh. Okay, dann werde ich ja nie mehr gebraucht. Braucht man mich noch? Nee, ne? Wenn sie kommen... Hä? Wo ist das? Da. Achso. Oder? Ja, ich geh ja gleich. Bin ich hier richtig? Du bist hier richtig. Einfach mir folgen. Folge in den Duft. Aha. Ja, dir vertraue ich so weit, wie ich dich werfen kann. Du hast mich gerade gegen die Wand geschmissen. Ja. Und? Wie weit war es? So weit kann ich dich drauf. Also, Psycho ist an Blut vorbeigelaufen. Ich wollte durch die Scheibe. Richtig. Ich bin aber gegen die Wand. Ich wollte durch die Tür, sagte er und knallte gegen die Wand. Das werde ich dir nicht verzeihen. So. Was haben wir denn hier schon? Eine Peilsenzel. Ja, ich hab gegen die Tür. Hallo. Ich bin Marc. Oh, diese Stimmen hier, ne? Das hätte ich nicht sagen sollen, weil ich dann gleich sterben werde. Loco, was schleichst du ganz schön hinter mir her? Hast du jetzt das halt bei Ovi? Nee, ich bin in die Falle. Ja, ja, die Tau-Ofler hat das Stamper aufreden. Nee. Kann man den Gruselmüll doch hier aufstellen? Was ist denn jetzt so, Herr Piracho? Was? Was ist denn das denn jetzt? Ich wollte gucken, wer vor mir steht. Es sah sehr komisch aus, wie hochläglich sie weggegangen ist. Da hat einer getrunken. Und wer? Wer? Nein, nein. Ja. Ich bin nicht trinkend. Trinkende. Bluttrinkende. Nicht trinkende. Nein, ich bin... Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Stamper. Lüchtern, was? Bündet ihr eine Sicherung? Oh, da hat sich jemand noch mal verdauen. Nein! Oh! Oh, aber geht weg. Geht weg! Was? Geht weg, Zucker. Die Sicherung haben wir. Wir haben ein bisschen andere Griff. Wann? doch ein großes doch schon wieder und ein blaues monster ich weiß aber nicht genau wenn ja warum ich bin leider tun sei sagt sagst du selber bin das gar nicht wo ich habe keine Munition mehr ach schon mal die nächste etage müssen wir jetzt schon wieder hoch irgendwo hin äh hier da da ist ne todesprinze hier wir drei haben ja alle auf die uns geschossen die sind eigentlich cool ne ja ja wir sind auch cool oder Tobi wir sind auch cool oder Tobi ja und wir sind auch zurücktreten hey wer hat da gerade gemessert da hinten ist Zeiko alles gut wir sind auch cool was wir achten heute Zeiko nicht gut was 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 los hier ich hab gewotet ich hab keine Muni mehr zum Boden scheiß er ist wieder da wie Rack sobald ihr nicht töten also ist wie Rack so hast du du hast verstanden neben dir hast du nicht mehr schießen wir jetzt alle da oder wer war das auf wen auf wen schießen wir jetzt alle auf zeig dich auf alle nein nein das ist unschuldig ach so ich dachte ihr habt mich wieder Munition sehr gut hier da ist eine Sicherung hier hinten da ist doch nicht zu fassen kann doch gar nicht sein du dankeschön das ist schon so richtig schossen ich bin nicht mehr in deiner Nähe na klar du stehst doch einer hat getrunken ich weiß nicht ich weiß ja nicht wen du mit mir verwechselt aber das ist nicht mehr witz hier Rack so ist auch böse habe ich auch gewusst ich immer ich hab noch gar nicht mehr so viel Schuss hier schon wieder dunkel und ab hier geht weg nein mein Tor mein Tor mein Tor mein Tor mein Tor ein Zeiko und Firax ja klar und dir ich hatte zum Beispiel gerade null Blutkonserven nur ich konnte mich trotzdem transformieren weil das ist der letzte ja aber nicht automatisch ne äh nicht automatisch ich müsste hier drücken ja das hab ich schon vor unzähligen Folgen in der heutigen Aufnahme schon gesagt ne das hab ich heute auch gesagt weil wir wollten die Leute es mir nicht glauben dass es geht ne du hast gesagt automatisch transformierst du dich ja automatisch im Sinne dass ich T drücke ohne dass ich die aufgefüllt habe das mein ich damit hab ich schon mal gesagt dass mein Stuhl wieder runter gesunken ist das ist für mich wie automatisch also krass automatisch sei froh dass ihr nicht drauf sitzt ja ich bin nicht ich hieß doch du hast einen Info-Tester stehen du hast einen Info-Tester stehen also an sich wird ja am Ende automatisch so gesehen alles für dich aufgefüllt so kann man es ja auch sagen oh ja ju und dann kannst du es nochmal ja zu 90% sterbe ich hier immer an der Frierung ja ja ich auch ja du musst dich wärmer anziehen das ist es ach so oh wie witzig haha das kommt doch an welcher man ist ne ja was hat Tobi in der einen Folge gesagt wieso hast du eine Strapse an oder so haha echt oh ja oh ja oh ja du kannst Strapse an sonst hat Tobi immer die Strapse an mit der Rothaare nicht ja sag ich doch nicht so ein Schwittchen haha aber ey Quincy schicke da unten aber jetzt ist er der alte Sache ja ne ja ich bin jetzt ein Viper oder was ja ich bin jetzt ja Tobi ist jetzt der alte Sache guck lieber noch an da das heißt nicht dass wenn man nicht mehr Sex gibt ja 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 schon was soll ich nachgucken was was soll ich nachgucken naja ich finde ich überwächtet mich denn heutzutage ach so ja ich würde eher ich würde eher Mitglied der Damenwelt nennen aber ja 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 deswegen ich hab mich ja gestreckt mit meinem Aufstehen und da konnte ich meine Pulver sehen also denke ich schon na gut dann äh ach so ist er ab 18 ist ich glaube ich glaube einmal oder ich bin mir gerade nicht sicher ich bin mir gerade nicht sicher ja ich hab was lange getät in den Harten ja ich hab was lange getät in den Harten juhu ja haltet dich ich hab wieder was lange es ist total es ist total es ist total Aua. Der Hebel ist schon ausgelöst. Der auch. Der auch. Der auch. Alles schon ausgelöst. Was soll denn der Quatsch? Das verstehe ich auch nicht. Oh, hier fehlt Blut. Achso, Nuka, das lange Messer ist. Oh, hier fehlt Blut. Achsobi. Echt? Alles klar. Hilft das schon mehr als ein normales Messer? Weiß ich nicht. Das sieht cool aus. Sieht auch eher so aus. Oh, Quincy ist es. Quincy ist es. Oh, mein Gott. Okay, wir haben einen eindeutigen. Was? 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 Du hast so ein Gesicht, da will man einfach reinschießen. Hahaha! Ickle! Mann! In der Gruppel! Ich glaube, der Drohle ist schon mal tot. Saiko, du Aue, okay. Was? 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 Nein! Nee, ich bin echt nicht. Hm, ist klar. Das kann doch an den Arbeiten! Wir waren doch Kumpels mal. Was? Was? Oh, nö! Hau ab! Ich bin zu spüren! Ist das so fass? Ist das so fass? wenn sie hier auf den schießen auf ihn 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 schießen einfach auf ihn schießen ich hab doch nichts mehr gehabt hier wobei ich hab da geht's dir mit dem Messer weil letztens hat der Quincy mit dem Messer einen rausgemogen ja das stimmt deswegen das geht ich aber auch mit dem Messer Leute also das ist Psycho doch ja ok dann wo ist hin ey das ist ein wachsieriger ne das ist doch kein wachsieriger wo ist denn hier der Rest dessen wirkern ey ich bin mir wachsierig bin ein Mann ach ha ja ja direkt bescheiden ja ja gutes Team muss man sagen wie cool ja heftig ja ich weiß auch schon gar nicht wer warum überhaupt ja du kriegst plötzlich so wir hätten jetzt schon wieder rausgeflogen aber das ist auch gut Quincy trinkt so direkt vor ja ich bin rausgeflogen okay ist okay ganz normal und dann so scheiße der ist es ja ja aber das ist schon ja aber das ist auch fies gemacht du musst tierisch aufpassen weil die Leute sehr schnell an dir vorbeilaufen können ja das stimmt ja das stimmt du musst tierisch aufpassen doch ich sprech versuche ja die sind total cool also hängen wir noch ne Runde ran jetzt ne na klar ja logisch ja logisch Ich hoffe, ich denke auch dran. Das noch was dran zu schnippeln. Äh, die habe ich alle so weggeschnippelt. Schnippeln, schnippeln. Achso, du machst das... Ach, jetzt verstehe ich. Ich mache das als Einzelaufnahme. Dann brauche ich es nachher nicht auseinandersteinen. Ich mache auch Einzelaufnahmen jetzt. Das darf ruhig jeder hören. Ja, kann ja auch jeder hören. Ja, meinetwegen kann ruhig jeder wissen, dass die alle bekloppt sind. Und du bist die Anführung... Anführung. Anführung! Was? Die Anführung? Die Anführerin der Bekloppten, so. Nuka ist das Superbrot. Anführung, Anführung, Anführung. So drück- und halte-Kum, hilfreich Informationen zu erhalten. Aha. Deaktiere, deaktiviere frisch umgelegt, die Hebel und den Fortschritt der Unschuldigen zu verzögern. Oh. Deaktiere. Okay. Also ich soll jetzt Ruck-Kum drücken, okay. Ich bin Hans, ich wäre spiel... Oh, nee, ne. Ich bin schon wieder Lisa. Hier, diese Halbmante bin ich jetzt. Ich bin Alex. Jetzt hat Firaxo die Strapse an. Ja. Aber Gott sei Dank nicht in der Arzt ist. Es ist genial. Oh, so ein Avatar auch. Ist das so noch gut? Mein Rücken. Mein Rücken. Meine Zähne. Äh, Zehne. Ich bin schon Frieda und Goldi. Mann. Ich bleib jetzt so lange hier an dieser Blutkonserve stehen, bis einer davon trinkt. Ja, warte mal, ich komm. Wo bist du? Ja, direkt oben. Okay. Na, Ruck-Kum? Äh. Sag mal. Das muss ich immer alle zur Seite schieben müssen. Warte, ich muss die beiden folgen. Die haben ein paar Drecken am Stecken. Warte, ich will dich nur das auch gut sehen. Ich bin Konserve. Na? Mach ich auch noch. Wo ist das Ding? Wo hast du den Ding gelassen? Der ist weitergelaufen. Wie machst du jetzt hier? Ach, die fallen? Die tun uns aber nichts. Ne, äh, uns unentfällig. Ah, hier fehlt Blut. Du siehst Blut? Luca, du sollst das Ding immer machen. Hier fehlt Blut. Nein, ich bin Firaxo hinterher. Der sammelt nur Muni. Oh Gott, das ist bestimmt wieder Quincy oder Viraxo. Na. Ich bin halt im Nade. Ich bin hier ganz hart allein. Hier fehlt auch Blut. Und da vorne ist Firaxo. Wie fehlt der Bayer? Ja, das könnte auch Luca sein. Und hier ist auch wieder Blut weg. Boah, Viraxo. Das könnte auch Luca sein. Hier liegt Blut. Oder wo? Ich brauche eine Fernbedienung. Alter, überall wo Viraxo langläuft, fehlt Blut. Hey, hier ist jeder verdächtig aus. Ja, das stimmt. Alter, ich kann das auch nur sagen. Jeder verdächtig ist. Rucko, Rucko, Rucko. Oh mein Gott. Hier ist auch alles geschossen, was da ist. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. 4, 3, 2, 1, 4, heck. Hat hier kein Lieblittel. War nicht. Magazin leer geschossen. Ich bin's. Ich brauche, ich verblute. Ich habe kein Wiederbelegungszeug. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich brauche Sanker. 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 Der Toror, Terror, Tiroor. Tiroor. Der Tiroor. Der ist ein Böse. Tiroler. Ähm. Also auf jeden Fall Viraxo. Hm? Und Luca. Nein, nein. Nee, Luca, Luca, das glaube ich nicht. Ah, 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 warum schießt du? Oh, der schießt. Ah, 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 ah. Oh, das Mathiasong. Oh, Sascha. Scheiße, процесс Stabsenträger drin. Scheiße. Ah, 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 ah. Sehr auch privat. Das ist klar. Roco, bist du tot? Nee, ich bin Wiedergesport, er konnte mich ja nicht raus visauten. Okay. Also Viraxo und? Ähm, ja, Quinte glaube ich nicht. Zeit nicht, weil, äh, ich, äh, ich war, ich bin mir nicht mal vollständig sicher. Also nur, Waxel hat mich eben gerade gemacht, also der ist es definitiv. Was? So ein Psycho-Dead. War das doch gar nicht. Was? Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ja, ne, du hast nichts gemacht, als wir Waxel an dir vorbeigelaufen. Ja, richtig. Lass mal auf, wir jetzt zu rennen, wir ersticken hier gerade. Okay, bin ich. Um sich zufrieden. Leid down. Oh, oh. Das war's. Boah, knapp. So, Tobi, wir bleiben ja zusammen, ne? Oh, ich glaube, ich ersticke. Oh nein, oh nein, oh nein. Können alle gerne zusammenbleiben. Ja, das fände ich auch. Das kann nicht schaden. Kommt da noch einer? Hm. Hoffe nicht. Ja, Gso, bist du tot? Ja, ich brauche Muni, wir müssen mal kurz auf Muni-Suche gehen. Fände ich gut. Ja, ich hab Muni, ne, ich hab nur zwei. Leicht völlig für dich. Ich brauche nur Muni, Roku. Ah, da, da läuft jemand da vorne. Oh, ja, äh. Psycho. Ich bin hinter dir, ne? Ja. Ah, hinter dir! Was? Alter, der lebt ja doch noch. Natürlich lebt er noch. Alter, der lebt. Gänzt du das? Da, zeig mal mir, zeig mal mir. Ja, ich hab aber keine von Ihnen. Kann ich messen? Darf ich, kann ich denn messen? Ich weiß es nicht. Ah, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich hab keine Munition mehr. Mann, warte doch mal, wach. Warte mal. Ich muss nachladen. Nix aber. Warte mal. Muss nachladen, foral immer. Warte mal. Wir wissen jetzt schwer, wie es geht. hat ans Mikro geklössert. Stopp! Stopp, 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 stopp. Ist das möglich? Stopp! Boah! Nein! Ich glaube, ich kann hier nicht rausruhen. Das war nicht wahr. Wir wissen jetzt, wer wir sind. Also, zieh dich warm an. Boah! Es ist schön, dass du weißt, wer du bist. Ich hab's fast vergessen, wer ich bin. Habst du mir nicht zu wenig gezogen? Du bist nicht ein toter Mann. Ich hab' nicht an sich. Aaaaaaah! Geiles Damm-Spiel. Geiles Damm-Spiel. Ich hab' dir auch noch aufgeholfen. Hast du das mitbekommen? Äh, ja. Zwischen 0, ja. Ja, ja. Du auch. Dankeschön. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.